Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil 120k oder nicht, was soll's. Okay, Level Design, Dynamic Environment. Wir brauchen nachher größere Projekte, glaube ich, damit wir mehr Sachen hier unterbringen können. Habt ihr eben auch schon gemerkt, da ging nicht so einfach mehr die 100% zu machen. Skill Tree, oder mal kurz gucken bei den Topics. Advanced Cut-Scenes Interactive Story. Okay, wir haben hier halt noch Aliens. Research, Topic, Life, Second Life, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wild West, jo, von mir aus. Erstmal alles hier haben. Fashion. So ein Spacken. Fashion, ey, das gibt's ja nicht. Okay. Unusual Games. Uh-huh. Something unique. A game based on an idea that's not the usual military action game or fantasy RPG. Just two name, two examples. I really hope companies bring some unique game to market soon. I would definitely prefer them right now. Strange combination. Challenge to game developers as topic-genre combination with used to work well, will suddenly be less favorable, while more outstanding ideas might favoris. Okay, dann, äh, probieren wir mal was. Ups, 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 nee. Ah, komm, mach fertig, Otaldo. So. Small booth. Okay, develop new game. Ähm, pick a topic. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal was ganz komisches. Soll irgendwie was komisch, witziges, tolles werden. Hacking, äh, das hatten wir halt noch nicht. Wie wär's denn mit einer, ähm, Hacking-Action oder so? Weil Hacking ist ja eigentlich nicht unbedingt Action, oder? Ist das Action? Hacking. Ne, ich denke mal, Hacking-Action wäre witzig. Hacking. Action. Medium. Hack, hack. Plattform. Ähm. PC. Pick Game Engine 4. Hack, hack. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß es ja auch nicht, Mann. Ich weiß es ja auch nicht, Mann. Ich weiß es ja auch nicht. Okay. Also, Hacking-Action. Das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Ähm, aber warum nicht? Einfach mal hier. Engine und Gameplay hoch. Story und Quastel und so weiter weg. Branching, dann nehmen wir hier erstmal Simple Cutscenes. Lineare Story passt nicht mehr. Engine, da kann erstmal der ganze Scheiß rein. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir hauen mal ein paar Sachen wieder raus. Ich kann natürlich hier Gameplay runter machen. Aber dann passt das alles nicht mehr so ganz. Action. Also, wir brauchen Save Game auf jeden Fall. Multiplayer. Best in Physik. Save to Cloud. Mod Support. Okay. Äh, aber das sind weniger als 40%. Müsste ich so machen. So. 40 weg. Äh, ich könnte die Sachen. Oder wir machen das so. So, ja. Äh, Save Game. Okay. Was soll's? Wir können keine Save Games. Das ist ein Roguelike Action Adventure. Äh, Action, was auch immer. So, Maus weg. Ja doch, Maus kann wohl auf dem PC. Joystick. Brauchen wir nicht. Gamepad. Pff. Steering me in. Und, passt das noch? Passt. Passt wunderbar. So. Engine ist natürlich Tech. Da kann er auf jeden Fall was machen. Das ist gut. Oder wir lassen ihn das hier machen. Ich weiß nicht genau, wer von dem besser ist. Oder schneller. Oder irgendwie so. So, Gameplay. Gameplay ist auch Tech. Und das hier darfst du machen ganz genau. Oder Gameplay? Ja doch, Gameplay ist auch Technik. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt hier Tech, 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 Tech. Marketing. Das blödste Spiel aller Zeiten. My Little Pony ist nun vom Markt. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt geht's weiter. Wir hatten ja lustige Sachen schon. Level Design und AI. Hier, bam. Und Dialoge können uns mal. Dialoge sind weg. Ja. Okay. Ähm. Level Design. Design ist hier. James. Sehr gut. Das ist richtig. Und Artificial Intelligence machen wir mal mit. Ihm hier. So, der mit ist aber bei 55. Äh, 95. Total dotiert. Logisch. So, sind wir gespannt. Oh, G3. Bei 113.000 Fans eben hatten wir über 200.000. Ihr merkt, ich höre gar nicht mehr auf zu spielen. Es sind schon 90 Minuten, die ich hier aufnehme. Und ich habe irgendwie, ja, die ganze Zeit noch Lust zu spielen. Das ist einfach schockt. Es schockt einfach. 200. Okay, 240.000. Immer noch nicht wahrscheinlich unter den Top 100. Müssen wir aber nächstes Mal einen größeren Booth machen. Today Microsoft presented their new console. Die 360. Okay. Komm, hau rein, Mann. Hau rein, Mann. Wir brauchen noch hier die Strange Combination weiter. Okay. Jetzt das nächste. Äh, Action ist natürlich auch genauso. Ganz genauso. Sound haben wir Stereo. Grafik. World Design brauchen wir nicht. Weil dat Blödsinn ist. Day Night Cycle. Rich Backstory in Action. Seid ihr behindert oder wat? So. Und, ähm, Tony Rodriguez macht hier den Sound. Der Sound ist Design. Grafik ist Otaldo. Da können wir aber hier Spencer gebrauchen. So, ich bin gespannt. Das soll jetzt ja eigentlich total blödsinnig sein. Aber wir treffen damit ja einen Trend. 100 Hype. Warum nicht? Warum nicht? Komm, mehr in Design. Äh, Technologie. Tech, 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 tech. Tech, ihr Schweine. Tech, 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 tech. Ja, genau. Tech, 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 tech. Und nochmal ein Bug. Tech, 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 tech. Jetzt bin ich gespannt. New Topic, new Combo. Trend Match. Joa, okay. Stadt, dest. Good Management. Ja, wunderbar. Oh, jetzt wollen die Leute auch gleich mehr Geld. Da bin ich mal gespannt. Jawohl, jawohl. Othalo, kein mehr Geld. Natürlich nicht. Au. Das kostet auch nicht Geld. Wann können wir denn hier wieder weitermachen? Salary Increase. Jawohl. Ähm. Online Play. No Loading Screens. Orchestral Soundtrack. Track. Okay. 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 Fun at Stages. Okay. Heck, heck. Jawohl. Also eine Sechserwertung. Exakt sechs. Aber die wollten total strange. Schaffen wir hier 100? Oh, 67. 60, okay. Ist nicht besonders gut gelaufen, ne? Eigentlich aber. Es gab Research Points. Ähm. New Topic. Was haben wir denn hier noch? School. Ja. School Action. Würden wir mal sagen. School Action ist immer gut. Cyberpunk. Na endlich. Cyber. Darauf warte ich doch schon die ganze Zeit. Rhythm. Rhythm Action. Exakt das gleiche nochmal. Martial Arts. Jawohl. Und Research. Alternative History. Mhm. Sollen wir sich darunter vorstellen? Ich weiß es nicht so genau. Okay. Die 360. Sehr schön. Aber wir machen Geld. Wir machen Geld. 7,1 Millionen. Verkauft sich trotzdem, obwohl es kranke Kram ist. Äh. Okay. Keine Dings muss mehr. Und jetzt verkauft sich es natürlich gar nicht mehr. Cyberpunk. Fertig. Boom. So. Research. Topic. Startup. Ich mach jetzt noch die letzten Dinger weg hier. New Topic. Comedy. Auch wenn es immer quatschig klingt, die ganzen Dinger zu haben. Hunting. Noch irgendwas? Nein. Gut. Dann haben wir hier noch 114 Punkte für. No Loading Screens. Soundtrack. Graphics. 3D. Ach, ich hab ja die neue schon. Cool. Engine Online Play. Online Play. Hm. Ich glaub, ich brauch bald ne neue Engine. Und dann mach ich die billigeren Grafiken und so wieder raus. die ich nicht brauch. Weil ich werde eh alle Dinge auf der besten Grafik so machen. Also hier hinklicken. Develop, äh, create custom engine. So. V2 weg. V3 weg. Das kann weg. Äh, da rein. Gut. Mono Sound wollen wir nicht. Wir wollen nur Stereo. Ähm. Lineare Story. Branching Story. Ja, okay. Online Play. Äh, was brauch ich hier noch nicht? Ja, Mod Support ist okay. Das ist keine große Erneuerung, ne? Nur Grafik. Hm. Ne, ich will noch ein bisschen. Eigentlich müsste ich ein paar Sachen noch reinbringen. Level Design Sound zum Beispiel. Sound. Orchestral. Sound, ja. World Design. Ich hab halt nichts mehr, was... Irgendwie so... für 34 ginge. New Topic geht immer, ne? Schade. So, ähm. Haben wir irgendwas Contractiges? Ähm. Publishing Deal. Topic? Und... Also Any Topic Action. Für die M-Box. Okay. Any Topic Adventure auf irgendeiner Konsole. Ähm. Ähm. 11%. 11%. 11%. Okay. 8% Realities nur. Ähm. Any Topic Casual. Verdammt. Any Topic Casual. Krieg ich da noch irgendwas hin mit Casual? Ähm. Ähm. Was gibt's denn noch bei Casual? Vielleicht... Ah. 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 Okay. Machen wir es mal. Jung. Medium. Pick a Topic. Ähm. Wo haben wir es? Rhythm vielleicht? Rhythm. Rhythm ist, äh... Ist gut, ja. Aufm... Aufm GS, ja. Warum nicht? Casual. Rhythm. Young. Medium. Pick Engine. Dude Engine 4. Next. Ja, die nächste gerade. Verdammt. Nochmal. So. Casual. Da muss ich wieder gucken. Casual war ja ähnlich. Nur, dass da eben die Engine noch weniger interessiert. Äh. Und das Gameplay halt wichtig ist. Gameplay. Und Engine halt so ein bisschen so. Ja, einfach nur Gameplay, ne? So, Engine. Was haben wir denn hier? Mod Support. Hier, tschüss, tschüss. Ja, das reicht nicht. Okay. Multiplayer. Ja. Okay. Harrington Gameplay ist unser Designer. Jawoll. Ja, machen wir so. So, Hack, Hack ist nun vom Markt. Es hat Geld gebraut, obwohl es Quatsch ist. So, der Hype kommt praktisch von ganz alleine. Durch den Dings. Na denn? So, wunderbar. Ähm, bei Casual die zweite Stage ist auch wieder nur Level Design. Und der Viertel Intelligence nervt uns. Level Design ist unser Designer. Ne? Okay. 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 Ich versuche aber hier. Dialoge. Hm, nee. Artificial Intelligence. Ja, okay. Das ist gut. Ähm. Das geht. Nee, das geht nicht. So, zack. Einmal komplett auf bestimmte Sachen. Okay. Okay. Das war sehr designlastig. Ich wollte eigentlich mehr in Richtung. Ach, nee. Warte mal. Ich brauche hier auch mehr Design, ne? Ah. Hm. Äh. Okay. Grafik und Sound. Sound ist Design. Und Grafik ist Tech. Aber dafür nehmen wir dann, äh, Tony. Grafik haben wir hier. Word Design ist uns egal. Sound ist Stereo. So, bin ich mal gespannt. Oh ja, es ist Balance, es ist Balance. Und 80 Milliarden Bugs. Und hier, ja, die V. Die, die, die Nu, natürlich Nu. 33 Bugs. Ja, Bugs können wir ruhig mal mitverkaufen. Okay. M-Box ist bald nicht mehr da. Hi, Boss. I have a neck for security and I think we could really do. Aha. Na gut, wir haben einen Save. Komm, hau raus. Design, 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 Design. Haben wir noch irgendwas für Sie sein? Ne, haben wir nicht. Wir haben nur Tech, 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 Tech. Und das ist schade. 270.000. Schade, schade, schade. Ein Bug. Beheben, danke. Ein Bug. Beheben, danke. Oh. Hm. So, jetzt machen wir Medium. Warum nicht? W- SHARE-ZU-SCHEDRU-SCHEDRU-SCHEDRU-SCHEDRU! H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H.